Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Geek Talk Daily Folge. Heute am Dienstag, dem 3.7.2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 406 und ich gratuliere meiner Frau ganz herzlich zu ihrem Geburtstag. Die heutigen Themen, die ich mit dabei habe, sind TomTom, OpenShot, Apple Pay, kein Werbetrick, OpenStreetMap, HTC und Tesla. Wir beginnen mit TomTom. Der Navigationshersteller aus Amsterdam, der hat ein bisschen einstecken müssen, nämlich an der Börse. Insgesamt 6% über den ganzen Tag gestern und vorgestern ging das Ganze dann nur um 4% zurück, also es ist wieder ein bisschen angestiegen. Der Grund dafür ist das, was ich gestern in den News von der Daily hatte, nämlich Apple hat ja bekannt gegeben, dass sie zukünftig nicht mehr auf die Kartendaten von TomTom setzen möchten und das Ganze selber abgrasen und befüllen möchten. Das ist natürlich ein herber Einschnitt für das doch schon auch ein bisschen angeschlagene Unternehmen. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Weiter geht es jetzt mit einem umfangreichen Update zu einer kostenlosen Videobearbeitungssoftware, die sich OpenShot nennt. Die ist eine Open Source-Lösung, um Videos zu bearbeiten, die aktuell einiges an neue Entwickler bekommen hat und deshalb auch ein paar neue Features mit dazu gekommen sind. Das Tolle an der Version ist, dass sie neben dem, dass sie kostenlos ist, sie nicht nur auf macOS gibt, sondern auch auf Windows und auf Linux. Und Projekte, die ihr an einem System beginnt, könnt ihr am nächsten weitermachen. Für mich heisst es ganz einfach, ich muss es unbedingt mal austesten, denn ich bin ja doch immer wieder mal in all den drei Welten unterwegs. Und das wäre sicherlich keine doofe Geschichte, wenn man das eben könnte, so zu wechseln. Ich bin mal gespannt und werde euch sicherlich in der News im Mutter-Podcast mal darüber informieren, wenn ich es dann ausgetestet habe oder auf dem Pockipsi.ch-Blog, wahrscheinlich eher. In diesem Sinne gehen wir doch gleich weiter mit. Und wir sind wieder da, nämlich bei Apple Pay und bei Google Pay. Gerade letzte Woche, vorletzte Woche hat das Ganze in Polen ja gestartet. Einen fulminanten Start hat da Apple hinlegen können. Anscheinend haben es innerhalb den ersten 11, 14 Tagen, 11 Tagen insgesamt zwischen 175.000 und 200.000 Nutzer für den Dienst registriert. Und das Ganze, wenn man es ein bisschen genauer anschaut, bei Google Pay sind es 300.000. Denkt man ja, sind mehr, aber Google Pay ist schon seit Mitte 2016 auf dem Markt und hat es nach vier Monaten gerade mal auf 25.000 Installationen geschafft. Aber auch da sieht man, stetige Entwicklungen, das ging voran. Und wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, die Zahlen kommen von Cashless. Es hat in Polen 22 Millionen Android-Nutzer versus 557.000 iOS-Nutzer. Was eigentlich heissen würde, dass knapp ein Drittel der Nutzer, die auch mit dem iPhone unterwegs sind, sich für Apple Pay registriert haben. Das sind natürlich tolle Zahlen und da sollen jetzt mal Schweizer, Österreicher und deutsche Banken auf die Idee kommen können, dass das ja vielleicht ein bisschen ein Markt ist und man da doch auch mitmischen sollte. Sollte. Genau. Link dazu bei uns auf daily.giktok.ch zum Nachlesen, wenn es mehr interessiert. Kein Werbetrick ist die Bezeichnung Apples, dass das iPhone X Fotos in Studioqualität macht. Die ASA, das ist die Advertising Standard Authority in Britannien, in England, die hat nämlich eine Klage bekommen oder eine Anschuldigung bekommen, dass Apple da Schindluder betreibt oder eben irreführende Werbung produziert und hat sich das genauer angeschaut und schlussendlich sagen müssen, dass dem eben nicht so ist. Naja, ist halt einfach ein gutes Fototelefon, wie so einige Samsung Galaxy S9 oder auch das Huawei P20. Alle drei könnten sicherlich damit werben. Auf jeden Fall. Der Feind deines Feindes, Microsoft, hat die OpenStreetMap-Datenbank oder die Community deutlich gestärkt. So titelt WinFuture mit dem neuesten Beitrag gestern. Es geht darum, dass Bing all die Daten zu 3D, Es geht um die dreidimensionale Darstellung von Gebäuden, Häusern, Statuen etc., die aktuell in den Staaten zumindest 30 Millionen Gebäude führen, mit einem Grundriss und allem drum und dran bei OpenStreetMap. Und Microsoft hat jetzt eben über Bing 125 Millionen weitere Gebäude und Statuen etc. dazu beigesteuert, denn sie geben das Ganze über GitHub frei. Man kann sich das Ganze lizenzieren und eben eintragen. Somit wertet man eben die OpenStreetMap-Gemeinschaft deutlich auf und kann somit Google noch ein bisschen was entgegensetzen. Microsoft öffnet sich, was das hier anbelangt, immer mehr. Müssen sie natürlich auch und machen sie auch wieder gut so, wie ich finde. HTC, die machen es weniger gut. Zwar haben sie es im Ende des letzten Jahres geschafft, rund 2.000 Mitarbeiter, die an Smartphones rumbasteln, an Google zu verkaufen und haben da knapp 1,1 Milliarden Euro kassiert. Doch das war nicht genug. Man musste mehr sparen, mehr bremsen und deshalb hat man jetzt rund ein Viertel aller Mitarbeiter, die im Ausland, also nicht in Taiwan, für das Unternehmen zuständig sind, entlassen. Das sind irgendwas zwischen 1.500, 1.600 Mitarbeiter, die jetzt gehen dürfen. Natürlich tragisch und traurig, aber ja, wenn man so viel versemmelt, muss man die Notfremse extrem stark anziehen, um wenigstens noch einigermassen es zu schaffen. Zumindest hoffen wir doch, dass HTC es weiterhin schaffen wird, ohne dass ihn Siem und übernehmen wird. Tesla schockt Kritiker. Auch das wieder ein super Titel. Denn Tesla hat es geschafft, in dieser Woche das erste Mal 5.000 Model 1, also in der vergangenen Woche, 5.000 Model 3 fertig zusammenzustellen und auszuliefern. Das ist natürlich eine schöne Zahl. Daraufhin hat man schon lange gearbeitet und Elon Musk ist schon am nächsten dran, denn im Juli möchte man sich an die 6.000 pro Woche heranwagen. Das sind natürlich schöne Zahlen, schöne, ja, es muss ja vorwärts gehen bei Tesla und ich drücke den Jungs und Damen da drüben ganz, ganz fleissig die Daumen, dass sie den Rang bekommen und es schaffen werden. Das waren es die News, die ich für heute für euch bereit habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören oder perspektiv ihr mich morgen wieder zuhört. In diesem Sinne, ein schöner Tag, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.